Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einen Veränderungsprozess einleite, und was für mich persönlich sehr wichtig war, sind die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, weil ich mich persönlich nicht mit Anatomie und Gehirnforschung so auseinandergesetzt habe. Und das erklärt auch einiges, ich würde auf jeden Fall den Werkschaft empfehlen, ganz im Gegenteil, ich bin sehr begeistert, und warum? Weil du einfach die Inhalte, die für mich stimmig sind, auf eine wunderbare Weise vermitteln. Ich bin sehr begeistert, ich bin sehr begeistert, ich bin sehr begeistert, und warum? Ich bin sehr begeistert, ich bin sehr begeistert, ich bin sehr begeistert, ich bin sehr begeistert,